Pico, Bella, toll, dass ihr mich begleitet. Ich werde auch nicht so weit laufen. Schaut mal, kommt da nicht Halloweenus? Adelheit, das freut mich aber. Und mich erst. Das ist ja eine Überraschung. Toll, dass du wieder mal bei uns vorbeischaust. Ja, ich wollte euch für einige Tage besuchen. Und wo gehst du hin? Ich muss etwas Holz sammeln für Opa Bernhard. Na, dann begleite ich dich doch. Die Zeit habe ich, obwohl du ja schon zwei nette Begleiter hast. Na, Pico und Bella, alles klar? Na sowas. Halloweenus, du hier? Das ist ja toll. Da würde Sieglinde sich bestimmt freuen. Ja, für einige Tage. Wir gehen Holz sammeln. Kommst du mit? Nee, ich will euer Glück nicht stören. Wir sehen uns nachher. Ich werde dich gleich ankündigen. Und, gibt es was Neues? Bei euch passiert doch immer so viel. Oh ja. Der Bauer wurde bestohlen. Baschir brachte die magische Blume aus Pompidotanien. Und wir haben die Halunken überlistet. Na, das klingt ja wieder abenteuerlich. Jetzt hast du mich echt neugierig gemacht. Meine Freunde wollten das nächste Mal mitkommen. Sie sind immer total gespannt auf meine Geschichten aus Bogen. Es ist wirklich so viel passiert, da bräuchte ich Stunden, um dir alles zu erzählen. Dann fang doch einfach mal an. Dreimal dürft ihr raten, wer gerade auf dem Weg in die Stadt war. Der Müller, der Schuster, der Schmid, Halloweenus. Wirklich? Das ist ja toll. Das freut mich riesig, ihn mal wieder zu sehen. Warum hast du ihn denn nicht gleich mitgebracht? Er zog es vor, erst mal mit Adelheid Holz sammeln zu gehen. Ach nee. Ohne mich? Du musst ja nicht bei allem dabei sein. Wirst ihn schon noch früh genug sehen. Aber ohne mich vorher zu begrüßen? Also sowas. Klingt ja fast so, als wärst du eifersüchtig. Puh. Also der Bauer war so wütend, das glaubst du nicht. Wir haben dann die ganze Nacht gewartet. Na, das ist ja ein Ding. Und dann die Geschichte mit der Blume. Ich kann dir sagen. Erzähl. Da haben sie Baschir bedroht. Sieglinde und Harald fanden ihn dann. König Schwarzbart machte sich große Sorgen. Aber die Geschichte mit dem Verlies übertrifft wirklich alles. Na, sowas. Und was war mit dem Verlies? Halloweenus, schau nur. Hast du schon mal einen so dicken Baum gesehen? Nein, noch nie. Der muss sehr alt sein. Wirklich erstaunlich. Und schau nur, die Pilze. Auch die sind riesig. Fliegenpilze. Die sind giftig. Aber sie sehen toll aus. Der Baum scheint innen hohl zu sein. Ich steige mal hoch. Halloweenus, pass bloß auf. Vielleicht ist er morsch. Der ist nicht morsch. Total festes Holz. Der Baum ist bestimmt 200 Jahre alt. Und, kannst du was sehen? Adelheit, komm mal hoch. Da geht es ganz tief rein. Das ist kein gewöhnlicher Baum. Komm, wir klettern mal rein. Hier ist alles verwurzelt. Da können wir uns gut festhalten. Na, ich weiß ja nicht. Also der Abstieg war von dir bestimmt anders geplant. Seltsam. Plötzlich hatte ich nichts mehr unter den Füßen. Schau mal, wie merkwürdig. Wo bleiben sie nur? Simon, du hast die beiden vor über drei Stunden getroffen. So lange kann man doch gar kein Holz sammeln. Vielleicht haben sie sich viel zu erzählen. Drei Stunden lang? Gönn ihnen doch den Spaß. Ich mache mir ja nur so meine Gedanken. So, etwas Holz für Pompedors Lager. Na nun? Ein Korb? Uiuiui. Vor Pompedors Baum? Und es riecht nach Mensch? Seltsam. Sehr seltsam. Uiuiui. Es riecht verdammt nach Mensch. Uiuiui. Da ist doch jemand unten. Uiuiui. Wer wagt es? In Pompedors Behausung? Uiuiui. Na warte. Uiuiui. Ist da jemand? Hallo? Frechheit. Uiuiui. Was wagst du? Uiuiui. Ich kann euch kaum verstehen. Helft uns hier raus. Raushelfen? Uiuiui. Ein Teufel wird Pompedor tun. Uiuiui. Keiner wagt es, Pompedors Haus zu betreten. Keiner. Dafür werdet ihr büßen. Uiuiui. Niemand darf diesen Ort kennen. Das wird böse Händen. Uiuiui. Was hat das alles zu bedeuten? Offensichtlich wohnt hier jemand. Es ist irgendwie eingerichtet. Eingerichtet ist gut. Hier gibt es ja gar nichts weiter. Eine Bärenhöhle wird es nicht sein. Hier liegen Flaschen und eine Laterne. Und eine Bank steht hier auch. Außerdem hat doch oben jemand gerufen. Das klang aber nicht gerade freundlich. Im Gegenteil. Das fühlt sich gefährlich an. Halloweenus, was machen wir jetzt? Na jedenfalls hast du jetzt die Zeit, mir alles zu erzählen. Danach steht mir der Sinn jetzt gar nicht mehr. Wir können doch hier nicht übernachten. Hm. Äh. Ich weiß jetzt auch nicht. Was macht Pompedor jetzt? Uiuiui. Man könnte sie ausräuchern. Oder vielleicht Schlangen hineinwerfen. Uiuiui. Pompedor sucht jetzt seinen Neffen Kunibert. Der ist klein und böse. Pompedor. Keiner darf den Baum kennen. Uiuiui. Es wird schon bald dunkel. Bestimmt ist etwas passiert. Wir müssen etwas unternehmen. Die Rettung. Das hatte ich ganz vergessen. Pieck und Bella sind ja mit den beiden mitgegangen. Also das ist wirklich ein großes Glück. Sie wissen bestimmt, wo Adelheit und Halloweenus stecken. Los. Wir besorgen uns schnell Pferde. Lasst uns keine Zeit verlieren. Da sind sie drin. Die Unverschämten. Uiuiui. Keiner darf Pompedors Baum kennen. Wir müssen handeln. Sie müssen verschwinden, sodass sie das Geheimnis nicht preisgeben können. Ja, ja. Schau selbst. Uiuiui. Es stinkt nach Männchenfleisch. Ja, ja. Böse Männchen. Schaut euch das an. Das glaube ich jetzt nicht. Pompedor. Der Waldmänn. Der Waldmänn. Ja. Er soll vor ungefähr 15 Jahren die Stadt verlassen haben. Mit seinem Neffen Kunibert. Da. Schaut. Da steht auch Kunibert. Und warum? Sie sollen beide ziemlich verrückt sein. Und auch nicht ganz ungefährlich. Sie mögen keine anderen Menschen. Und wollen ja absolut alleine leben. Stimmt. Ich erinnere mich da an eine Geschichte. Irgendwas war da. Jedenfalls sind sie seit damals nicht mehr gesehen worden. Und jeder fürchtet sich, ihnen irgendwann mal zu begegnen. Und schaut euch diesen riesigen Baum an. So einen großen habe ich noch nie gesehen. Warum haben uns Pico und Weiler bloß hierher geführt? Keine Gnade. Ja, ja. Sie müssen weg. Wir räuchern sie aus. Rauch bringt Unglück. Ja, ja. Adelheit und Halloweenus müssen in dem Baum sein. Wir müssen eingreifen. Pompadour und Kunibert sind sehr gefährlich. So verrückt wie sie sind. Wir haben doch nicht mal unsere Schwetter dabei. Uiuiui. Rauch bringt Unglück. Ja, ja. Rauch bringt Unglück. Rauch. 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 Adelheit und Halloweenus sind in großer Gefahr. Harald, Simon, wir müssen etwas tun. Sofort. Hallo, Kusinchen. Hallo, Winos. Ihr? Wir dachten, ihr werdet in den Baum gefangen. Ja, wir wollten gerade versuchen, euch zu retten. Und wie er aussät. So sieht man eben aus, wenn man durchs Erdreich kriecht. Wenn man durchs Erdreich kriecht? Ja, ganz richtig. Wir waren tatsächlich in dem Baum. Zugegeben, eine etwas brenzlige Situation. Aber Herr Winos hat uns gerettet. Nein, Adelheit. Du hast doch den Tunnel entdeckt. Aber ohne dich wäre ich da niemals hineingekrochen. Ihr habt euch ja gegenseitig gerettet. Da haben sich ja zwei gesucht und gefunden. Also sowas. Und alles ohne mich? Gerade mal ein Tag hier und schon das erste Abenteuer. Halloweenus. Herzlich willkommen zurück im Burgenland.